Okay, ich, ich, ich. Wir gehen jetzt in den Netter, wir haben ein bisschen Auflängen gespielt. Sehr viel, ey. Ja, ein bisschen halt. Ach, jetzt blieb mich. Ach, da geht's. Ihr wisst doch alle, wie ich schon netter, netter war. Hab ich ja schon erzählt, oder so. Na, nee, haben sie eh nicht geguckt. Ob es... Wir stehen halt immer im Netter, sagen wir... Hey, nein, nein, da bin ich gar nicht gleich. Nein, du bist doch immer einer gestorben. Wieso bist du denn noch hier? Oh, das ist mein Löffel. Guck mal, hier, mein Gang, den hab ich ja ganz alleine geworst. Lucian springt alles gleich dort hin. Da geh ich hier so, so. Guck mal, man sieht, dass alles gebaut wurde hier. Außer hier. Aber hier wurde auch gebaut. Und jetzt... Haben wir das gebaut, wir haben auch ein Schwer, ein Kler-Schwert. Das ist nicht schlecht. Guck mal, mein Schwert an, ey. Ja, dein bisschen. Der Rückschuss ist Hammer. Kannst du doch bezeugen, ne? Der Rückschuss ist alles. Oh, nein, 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 nein. Der Rückschuss ist... Der macht halt das ganze Spiel. Der Rückschuss ist stark. Ey, guck mal. Ingr... Alter, wie üblich! Junge, nicht der Herrmann, nicht der Herrmann. Der Schreie, Scheiße! Ich leb hier sogar noch eine Hälfte. Vielleicht telepaktiert er mich sicher nicht. Nee, Mann. Aber wo bist du denn? Na, mach schon mal mit mir. Ja, das ist ein Level-End, yeah. Nee, das klappt jetzt auch. Alter, jetzt verloren mich so. Heilige Scheiße! Der kann Level fallen, ich brauche nur 18, um mir ein geiles Schwer... ...geiles Schwer... ...geiles Schwer zu machen. Gar nicht, was du hier willst, ich brauche nur so... ...geiles Schwer... Ja, ich, guck mal, ich... Aber ich brauche ihn nicht mehr. Ich kann alleine... Alter, jetzt verpiss dich! Oh, Maurice, bitte verrächt mir nicht, bitte! Nicht schon wieder! Wir sind richtig stark! Wir haben Inventarbehalten angemacht, Alter, weil wir sehen, wie ich kratze zu oft hab. Ja, und dann wollen wir ihn nachher enttun. Heil, du kratzt doch hier so richtig aus. Hey, was? Ja, kratze, da war nur Glück, ey. Er trainiert, ey. Nein, ich will ihn trainieren! Ah, nee, doch nicht. Ich will das gar nicht. Ja, halt. Immer wenn man... Und so, und so. Ich will level... Oh, wie viel Pech muss man haben, ey? Mein Pech. Ich muss so, so. Leute, Essen wird auch wieder mal. Knack, ey. Komm, wir gehen gleich wieder auf die Burg, ey, okay? Oh! Komm, wollen wir wieder Burg gehen? Ja. Komm, mal, diesmal gehen wir einen neuen Weg, okay? Ja, ich komme. Dem ruhig... Oh, Alter, f*** mich denn hier. Wenn doch. Komm, zu mir, ey. Komm so hoch. Und so, hier, und so. Oh, ja, gut. Oh, ja, gut, guck, guck, guck. Hat das einer jetzt kaputt gemacht, ey? Äh, nee, der war. Nur der, ne? Hat er es jetzt kaputt gemacht? Oh, nur der, ne? Komm, Lucien, du. Was ist denn mit mir da? Verzieh' dich halt noch mehr. Komm, wir wollten doch hier nach unten, Alter. Komm. Warte doch mal auf mich. Oh, ja, dann behal' dich doch, ey. Ich hab Hunger, ey. Ich hab Hunger. Denkst du ich nicht? Ja. Oh, das wird ein gefährlicher Schuss, ey. Nein. Hör auf, Alter. Jetzt war ungefährlich. Alter, das wird gefährlich, hab ich doch gesagt, Alter. Die machen so. Attackiert, Alter. Alter. Ja, sorry. Oh, guck, da war ein Monster. Jetzt komm mal runter, ey. Ah, ha, 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 ha. Na gut, komm. Komm, Mann. Ich baue mir die Lutenweg nach unten. Komm, du. Ist nicht da? Ja, komm, jetzt. Ich baue mir die Lutenweg nach unten. Guck, so, die Lutenweg. Oh, ja, nein. Komm, jetzt. Und. Oh, guck, jetzt. Mal los, was ich dir gezeigt hab. Los, mach. Oh, jetzt. Guck mal, ich übernehme sogar. Easy. Und. Easy, 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 easy. Oh, oh, oh. Was machst du da, Heide? Ja, beschütz mich doch. Guck, Teamwork ist ganz gut. Du sollst nicht das machen. Was? Du kein Teamwork mit mir machst. Oh, dass deine Hose macht. Wissler, komm. Was? Geil. Wissler, komm. Oh, guck mal, such mir das hier. Bekommen mal, man. Schmeckt. Komm, man sehe jetzt mal. Ja, je netter sie teleportiert ist. Ja, ich brauche auch mal ein bisschen. Hier, wie heißt sie? Teleportieren sie nicht. Los. Ich hab ihnen ein Befehl gegeben. Los, jetzt. Los. Oh, Peace, Alter. Wo sind die? Käse Macaroni. Alter, wieso immer ich, Alter? Wieso muss sie immer die Staten? Weil ich die helfe dann. Los, nehm ihn, Alter. Nehm ihn auzueinander. Ich gebe nochmal Hit. Gib mal Hit, nochmal Hit. Das ist schwer. Oh, jubel. Hinter uns, hinter uns. Oh, da ist ein Fettag, Alter. Was warst du denn eine? What the, what the? Los, nehm ihn. Los. Hab ihn. Hey, 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 hey. Wo warst du denn hier? Eine Kekwahl, Alter. Oh, das ist ja eine gefährliche Situation hier. Warte. Hilf mir doch. Hilf, hilf. Wir haben die Backend. Warte. Pass nochmal auf hier. Da ist wieder einer. Du bist ja kein guter Kämpfer, Alter. Wollt ihr kein guter Kämpfer? Ja, genau. Genau. Oh, die haben es auf mich abgesehen. Wer ist das denn? Ja, es teleportiert mich gleich schon wieder, okay? Ja. Leute, er hat halt kein Skill, ist typisch gut. Ich war da immer schon überall. Sag dir doch selbst schon. Ja, gut. Warte, jetzt warte mal, okay, okay. So. Wir müssen ja wieder auf 50 drehen. Ach nein, das ist zu wenig, Alter. Ist halt so. Guck mal, wie hell das wird, Alter, die Lava, Alter. Nicht schubsen, Alter. Wann nicht, wann nicht. Und, ich weiß nicht. Und, und, und. Wo sind wir hier, Alter? Wie ist das genommen? Geil, Pils, Screen. Wo ist einer? Screen. Screen. Wo ist das? Ja, schob. Ja, warum tue ich mal weiter, ey. Ich passe hier auf Ace, nichts passiert. Mais. Let's go, ey. Komm, an sie doch. Komm. Hab dich. Ist, ist, ist. Halt uns. Ist. Dort, ist. Junge, der war ein. Na, den hab ich runtergeblumst, Alter. Da. Da. Siehst du? Renn doch nicht so. Da ist doch einer. Bam. Oh, pack auf. Ich hol die nächste. Läcker. Hol die nächste. Schönen Läcker. Hacker. Schönen Läcker. Hacker. Fick dich. Hacker. Hacker. Hurer Hacker. Ich hätte einen besseren Plan, Alter. Weil er ein Hacker ist und ich hab keinen Bock auf ihn. Deswegen machen wir mal den hier, Alter, damit er nicht mal entfliehen kann, Alter. Pura Ecke! Ja! So! Nein! Oh, Lava! Mach mal! Failed this! Hey! Da war wieder ein Hacker, Alter! Ist der? Oh! 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 Ich hab kein Essen! Oh! Nein! Das lass ich nicht zu! Fettsack, Alter! Ich brauch was Essen! Ja, ich laufe erst mal ne Runde! Ey, nein! Was? Nein! Was? Nein! Ich komm nicht mehr in die Nether! Was? Wieso? Rhesuskelettkopf! Sein! Wir brauchen nur noch Wein! Moritz, nicht mal runterschubsen! Okay, Kind! Kind! Ich teleportier mich gleich mal zu dir! Green! Slow down, slow down, slow down, slow down! Let's go! Alter! Wo? Ich will kein Bild! Was lebt? Ja! Du brauch! Du mal rein und wir sind das Skelett! Komm! Hey! Da ist ein Ghost, Alter! Hast du Wogen, Alter? Hey! 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 Was ist das für ein Asozial, Alter? Hey! Moritz, komm! 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 Ich will... Ich will... Nein! Ich will diese faulen... Hör auf! Okay! Komm! Komm! Wir gucken, Alter! Junge! Okay! Nicht mehr machen! Esst doch was! Esst gegessen! Was ist meins? Ich war hier! Ich brauch 18 Level! Ich glaub nie! Komm doch mal! Ich muss Level farmen! Das dauert aber zu lange! Komm! Wir gehen hier! Was? Was? Nichts! Scheiße! Nichts! Oh! Warte! Oh! Wir sind hier hier beliebt, Alter! Geil! Geil! Schub sie runter! Schub sie runter! Na! Ja! Schub sie runter! Hilfe! Runter! Weg! 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 Essen! Geil! Alter! Das war ja ne geile Fals hier, Alter! Ey! Gastfreundschaft! Todes! Todes! Und jetzt gehen wir einfach durch! Raschen! 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 Na gut! Bam! Ich hab euch immer gesehen! Alter! Ich rasch durch, Alter! Ihr seid die Riese! Warte! 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 Nein! Jawohl! Das ist für den Dreck! Eis! Und! Eis! Er kümmert sich um alles! Einfach runter! Guck! Das ist meine Taktik, Alter! Dann kommen die aber wieder! Geil! 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 Nein! Junge! Warte! Erstmal so ein bisschen töten! Ah! Scheiße! Und! Zum Spiele! Ah! Ja! Ja! Genau! Ich ja nicht! Hab Respekt dahint dahint! Ah! Andere Richtung! Ah! Alter Dummkopf! Jetzt los! Du weißt, ich schaff's nicht alleine! Was? Wenn ich's alleine bin, dann schaff's nicht! Ja wir brauchen nur noch einen Schädel, Junge! Nur noch einen! Haha! Hey Junge! Alter! Dieser Hacker! Hat die ältesten Echse! Hilfe! Ich bin hier mit einem Idioten! Hilfe! Schwerter, Alter! Hilfe! Gau's! Gau's mit mir schicken! Hilfe! Ah! Hör' dir raus, bitte! Ich komm wieder, wenn fast tot! Heilige Kacke! Komm jetzt noch raus, Heilige Kacke! Ich komm wieder nicht raus! Oh klar! Ich helf dir! Junge! Keine Gegner! Keine Gegner! Wo ist der Ghost, Alter? Der geht mir so auf die Eier, Alter! Ja! Ja, das heißt der eigentlich! Kopf hoch! Wie so rennst du überhaupt immer? Guck mal, dann kickst du dich! Weil ich den skelle, aber... Ich hab auch nur noch eine Brustplatte, aber auch ganz geil! Ja, cool, Alter! Ja! Bin ich auch! Ich hab auch schon... Alter, was ist der? Ach, da! Sind sogar zwei! Komm, da ist so seine scheiß Space da schon! Los, hier! Sieht fetter, Alter! Komm, Juri! Oh, scheiße! Oh, geil! Oh, geil! Komm, wir gehen, Alter! Oh, Alter! Was willst du für einen schwach Mann? Na ja! Oh, was hält? Oh, du bist... Was willst du? Oh! Oh! Junge, schieß mich halt noch her! Da! Maurice! Wieser! Wieser! Wo hat der? Hat der Leck? Ah! Scheiße! Oh, scheiße! Hier waren wir schon! Glaub ich! Seck hier! Wo bist du denn? Ah, auf der falschen Seite! Bin ich? Ich seh dich! Ich seh dich! Ich seh dich! Warte! Pfff! Das musst du gehen! Die Base ist ja kein Gehört, Alter! Hey! Wieso leckt ihr denn alle so hart? Ihr Schweinchen! Oh, da rollst du! Du bist ... Oh, da ... Du bist ... Was? Ich ... Das war ich doch nicht ... Oh, shit. Ich seh dich nicht ... Ich glaub hier werden ... Threads ... Forever ... Wir wollen mich doch ficken. Nein, nein! Los, dann passiert es. Ich sollte... Lass mal hierbleiben. Echt, wir brauchen Essen. Ja, jetzt verwunden wir den Hintern gleich dir. Netter. Nein, aber nicht essen. Ich brauche noch eine Truhe.